So, Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen verstrahlten Folge Genovilite. Wir machen weiter und gucken mal, ob wir heute ein bisschen mehr Glück haben. Wir hatten ja ein bisschen Pech, wir wurden immer geschnappt. Oh, Olga. Hallo. Ja? Wer ist das? Uh-huh. 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 Okay. Frag nach dem Dorf. If there's a village, does that mean you're one of the Summershells? The people who return to their homes after the disaster? Some of the older ones never left. You know, it's hard to believe. And there are newcomers like me. We came to the zone for many different reasons. But now we're united by one common goal. To get rid of NAR. I see. Fascinating. Please come to the village. This isn't just about me. You'd be doing the right thing as well. I'll make sure to stop by if I get the chance. Okay. Hey. Olga aus dem Roten Wald. Da lasse ich mich aber nicht zweimal bitten. Ähm. Aber erstmal. Gucken wir. Naja, okay. Ist noch nichts fertig. Kochstelle. Können wir irgendwas kochen? Wir machen mal. Wir machen mal. Eine Beruhigungssalze. Aber wir haben nicht genug Ressourcen. Alles klar. Heilsalbe. Können wir die machen. Zack. So. Sicher ist sicher. Gut. Mal sehen, was Olivier dazu sagt. Wahrscheinlich gar nichts. So. Roter Wald. Das machen wir. Ähm. Medikamentenabwurf. Ja, das kann Olivier machen. Zack. Und wir starten die Mission. Und legen los. Diese Frau, Olga? Sie scheint, um die Show zu fahren. Sie muss wie hart als Nählen sein. Und all diese Samo-Shills? Sie sagen, es braucht ein Village, um ein Kind zu erzeugen. Aber wie viele braucht es, um ein verloren Liebe zu finden? Aha. Ja. Interesting. Das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Ich bin echt gespannt. Ähm. Die scheint vernünftig drauf zu sein. Eine nette Person eventuell sogar. Sollen wir mal gucken. Vielleicht können wir die auch rekrutieren für unsere Basis. Tag 8 Roter Wald. Ich weiß nicht, ob wir hier schon mal waren. Kann ich jetzt so auf dem ersten... Huch. Nein, nicht abhauen. Kann ich jetzt so auf dem ersten Dings gar nicht sagen. Wir gucken mal. Hier haben wir schon mal Chemikalien. Und das ist doch schon mal was. So, wir können links und wir können rechts. Wir gehen rechts. Das ist, glaube ich, besser. Denn hier vorne ist auch irgendwas. Ach, du Heiliger. Ist das ein Monster? Was ich da an dem... Äh. Habt ihr das gesehen? Da hing irgendwie einer in dem... Gender-Belit-Fest. Und das Monster... Verspeist den gerade, glaube ich. Oh Gott, 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 oh Gott. Und das Vieh hat gute Augen. Okay. Wir versuchen mal beim Dorf anzukommen. Das ist, glaube ich, jetzt auch nicht die schlechteste Option, die wir haben. Aber wenn hier Monster sind, dann können wir eigentlich davon ausgehen, dass wir hier keine Soldaten haben. Sonst hätte uns die, äh, Olga das schon erzählt. Hoffe ich. Aber gut. Wir folgen hier mal dem Weg. Ah, okay. Soldaten. So, den holen wir uns. Zap, zarap. Tut mir leid, Jude. Du hättest dasselbe getan. Dann ist noch einer. Ich hab grad seinen Kopf gesehen. Ich jetzt wüsste, wo der langläuft. Okay. Ja, geh mal einen rauchen. Das ist eine gute Idee. Oh, fuck. Aua, aua, aua. Gut, dass ich heilsalber eingepackt hab. Aber schieß mal ruhig. Machst du, machst du wenigstens das Monster auf euch aufmerksam. Find ich gut. War das hier? Ich weiß nicht, was du willst. Ich bin Igor. Olga, schickt mich. Genau. Olga, ein Igor-Jakass hier, um dich zu sehen. Kennst du diesen Mann, oder soll ich ihn in den Fremden schießen? Ist gut. Öpne die Tür, Marco. Okay, cool. Es kommt bestimmt, weil wir denen geholfen haben, als hier die Wachen vorstanden. Schönen guten Tag, Marco. Äh. Ja, ich war's. Ich... Ich weiß gar nicht. Ich mag nicht, dass ich daran beteiligt habe. So viele, du hast den Kugel verloren, oder? Richtig. Geh, was du machst, und wir werden das Ding gewinnen. Du siehst. Guten Tag. Leibwächter. Olga. Okay. Professor Kimenuke, ich versuche. Yes. Ich bin hier. Was wolltest du darüber reden? Ein paar Tage vorhin hat jemand unsere Herzen genommen. Mein husband, Kostia. Du hast einen Mann? Kann ich den nicht halten. Entschuldigung. Muss gehen. Hehehe. Ähm. Beeindruckend. Aber was genau ist das für ein Ort? Ist das für ein Ort, wo du leidst? Ist wirklich etwas. Ich hätte nie gedacht, dass ich... Was? Regulare Leute leben im Mittwoch der Zone? Du bist richtig. Oder nichts, aber Regulare. Oder Hörner. Wir wissen, dass diese Wald sind besser als die Trenn und die Räume. Okay. Wie ist sie hier gelandet? Was ist das für dich? Du bist zu jung, Sue. Zu was? Erinnerst du das? Das ist der Schernobyl-Desaster? Du bist richtig. Ich kam mit meiner Mutter aus Minsk, nachdem mein Vater stirbt. Ich war ein Kind. Ich war ein Kind. Ich war ein Doktor, der mit drei Reaktion-Viktionen in der Zone zu helfen wollte. Sie hat hier Matvei gezogen, und sie nahmen sich ein Liebling an. Dann kam NAR und kam auf uns hart. F***ing Faschist. Meine Mutter hat sich ausgeschlossen. Das war ein paar Jahre vorhin. Oh nein. Matvei hat mich nachher geholfen, hat mich alles, was ich weiß. In Minsk war ich nur eine Emo-Gerl. Hier? Ich bin die Gott-Damm-Könne der Flüge. Kostia kam hier zwei Jahre vorhin mit Doktorzen ohne Bordern. Er hat mich geholfen, aber ja, der Rest ist wirklich nichts von dir. Alles klar. Alles klar. Ich kann sehen, dass du wirklich nachvollziehst für deine Leute bist. Ich empfehle das. Ich werde helfen, wenn ich kann. Ich versuche, dass du nicht mehr schweigst. Für unsere Freunde, wir servieren wacke. Für unsere Enemies, wir haben Schocken. Eine weitere Sache. Diese Arschlöcher, die Kostia haben, ich bin sicher, dass sie unsere Supply haben, auch. Du willst mir einen Augenblick für die Supply, auch, oder? Wenn du dich nicht interessiert, aber mein altes Mann kommt erst. Obviamente. Klar, klar. Ich lebe, um zu servieren. Ist ja geil. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Gut, dann wollen wir gleich mal gucken, ob wir denen hier irgendwie helfen können. Ähm. Ich gucke mich aber trotzdem erstmal hier um. Vielleicht liegt hier ja was, was sie nicht gebrauchen. Typ bei der Scheune. Okay, er will nicht mit uns reden. Dann gibst du dich auch kein... Keine Vorräte. Tut mir leid, Kumpel. So, wen haben wir hier? Dorfbewohner. Du willst dich sehen, Madve? Geh in die Linie. Jeder muss auf ihren Turnen warten. Wir sind keine Barbarie. Wir haben unsere Regeln. Alles klar. Okay. Ich warte in der Linie. Gut. Du siehst? Das ist, wie du eine Zivilisation bildest. Einen Schritt auf jeden Fall. Ich möchte gehen. Boah, hier Sicherheitsschleuse. Tschüss, Marco. Okay, unser Ziel ist da hinten. Na, da wollen wir doch gleich mal schauen, ob er denen helfen kann hier. Wahrscheinlich ist das voll bewacht. 80.000 Soldaten, die mich wieder ins Gefängnis bringen. Und hier ist jede Menge Strahlung. Das gefällt mir gar nicht. Alles verseucht hier. Okay, irgendwas hat mich hier gerade gesehen. Nicht gut. Und hier sind Pilze. Die hätte ich gerne. Gib sie mir. Gib mir die Pilze. Yes, danke sehr. Okay, wir kommen unserem Ziel immer näher. Äh, ja. Wir speichern. Zack. Fortsetzen. Boah. Eieieieieieieieieiei. Da haben wir gerade noch ordentliches... Stopp. Take it easy. Remember, time is on our side. They'll come to us eventually. There's one thing I still don't understand. He said they sent him to hide the supplies in the middle of nowhere. Why? Who knows? These people are bonkers. They've lived out here for years. Swallowing radiation for breakfast, lunch and dinner. Must have messed with their brains. Anyway, we're in a good bra-gen... Bar-bar-bargaining position, right? There must be more of where I came from. Right, Tom. I know a guy we can south here as well. Scheiße. Shit, den hab ich nicht gesehen. Oah. Shit. Where are we? He's behind the tower, flank him! Gut, wir laden nochmal neu. Den hab ich nicht gesehen. Ich hab gedacht, das wären nur zwei. Dein relentless search has finally caught up with you. Who knows, what the NAR will do to you now. You don't want to find out, what they have planned for you, my love. You have to find a way out. Fast. Think, Igor. Think. Haben die mich jetzt wieder eingesperrt? Hä? Ich hab doch geladen. Hallo? Hallo, hallo? Tatsache. Oh, mein Kopf. Es hat mich töten. Woher bin ich? Ich muss meinen Portal-Generator finden. Äh. Spielstand laden. Äh. Manueller Checkpoint. Nimm mir mal den. Da bin ich nicht mit einverstanden. Olga? Sie scheint, die Show zu laufen. Sie müssen wie schwer als Nählen. Und all diese Samo-Shields? Sie sagen, es braucht ein Kind, um ein Kind zu erzeugen. Aber wie viele... Ja, kennen wir schon. Deswegen überspringen wir das jetzt. Ich möchte... Olgas Mann befreien. Und die Lorbeeren einheimsen. Denn sie hat mir Wodka versprochen. Und Wodka, ähm... Kann man ruhig mal annehmen. Gerade in so einer Zeit hier. Genau, guck mal. Jetzt sind wir wieder hier. Das ist doch schon mal was. Ich hatte zwar da vorne gespeichert, aber ist egal. So, holen wir uns noch mal die Pilze hier. Zack. Zack. Ah, Strahlung des Todes. So, einer weniger. So, nochmal speichern. Und... Weiter geht's. Weiter geht's. Chemikalien. So, krammeln wir unter dem Zug durch. Und beobachten die Gegend. Komm mal, da ist schon mal einer. Wenn wir den da wegkriegen... Oder wir warten einfach... Oder wir warten einfach. Das ist doch mal. Das ist doch... Das ist doch... Das ist doch... Okay. Speichern. Guck mal, da kommt einer. Komme ich an den ran? Nein. Komme ich nicht. Ist abgesperrt. Das ist Scheibenkleister. Komme ich hier außen rum? Auch nicht. Ach, Manu. Ich will ungern schießen, weil die in der Überzahl sind. Okay. Müssen wir, müssen wir. Taktisch vorgehen. Was leider nicht mein Spezialgebiet ist. Wie ihr ja wisst. Aber versuchen kann man es ja mal. Uuuuh. Huhuhu. Ja, haben mich gesehen. Glaube ich. Oder? Oder auch nicht. Dann bleibe ich mal eben kurz hier. Im Wäldchen. Guck mal, da hinten ist sogar was. Gehen wir da erst hin. Dann kann sich die Lage hier wieder ein bisschen beruhigen. Dann kommen wir gleich wieder. Oh, was nu? Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Hier ist irgendwas unerfreuliches passiert. Haben, glaube ich, Tiere erschossen. Naja, dafür liegen hier Pilze. Das ist ja auch schon mal was. Oh, wir gehen langsam zurück. Da müsste jetzt gleich Ruhe sein. Jo. Da stehen sie. Da ist noch einer. Drei Stück. Ey, das gibt's doch gar nicht. Wo kommen die alle her? Wir holen uns erst den da hinten. Muss er hin? Hä? What a stupid job. I was stupid enough to take it. So, den haben wir. Jetzt noch den anderen. Komm her. Zeig dich. Oh, ich kann ihn hören. Er kommt. Oder? Alter, komm raus da jetzt. Huh! Hinweis. Hm, dieser Kozlov-Gerner scheint wichtig zu sein. Vielleicht sollte ich mit ihm treffen und fragen über Tatjana. Ähm, an General Kozlov, Leiter der Militäroperation betreffend. Sie halten hier mit voller Autorität Professor Seemann auf bei der Erinnerung. Okay. Ich höre Sounds, deswegen will ich mal ein bisschen vorsichtig sein. Ach, das war sein Gewehr. Oh, ich habe hier schon gerade gedacht. Hier ist noch jemand. Okay, da ist der Keller. Wir gehen mal runter. Ich hoffe, hier ist keiner mehr, ey. Guck mal, den kennen wir doch. Bitte, hilf mir. Meine Leute sind auf mich, um mit Essen zu kommen. Haben wir diese Gespräche vorher? Ich war zu schauen, um unsere Verbraucher zu kommen und wurde von diesen Verbrauchern geklappt. Sie haben deine Essen und dann haben sie einen Ambush für dich? Das macht nicht viel Sinn. Halt. Sie sind noch da draußen. Wir müssen sich aufhören. Äh, frag nach den Vorräten. Okay. Das ist alles irgendwie verdächtig, aber wir fragen nicht nach. Wir treffen jetzt eine Entscheidung. Wir befreien ihn. So, bitteschön. Ich hoffe, dass ich das nicht bereuen werde. Naja, guck mal hier. Vorräte. Wird gespeichert. Essensration, zwölf Stück. Na, da wirst du doch zufrieden sein. Hoffe ich. Aber er ist weg. Gut. Dann gehen wir jetzt auch. Gucken uns noch... Gucken uns hier noch ein bisschen um. Aber ich glaube, so viel gibt es hier nicht mehr. Ja, okay. Guck mal, hier ist noch was. Brennbare Teile. Das ist schön. Das nehmen wir auch mit. Hier vorne ist noch was. Elektrik. Gut. Ah, hier liegt noch ein Gewehr. Guck mal, das habe ich eben vergessen. Oh, der hat auch noch was. Krass. Der auch. Zack. Chemikalien. Sehr schön. Zack. Gut, dann müssen wir jetzt nur irgendwie, äh, nochmal flott Richtung Olga kommen. Und dann sollte das passen. Da hinten ist ein Soldat. Den ignorieren wir mal. Genug Leute getötet heute. Ach, da sind mehrere. Ach, du Scheiße. Okay, wir müssen irgendwie hier weg. So, ich glaube, wir gehen den Weg, den wir gekommen sind. Das ist, glaube ich, besser. Weil wir hier wissen, dass hier keine Leute mehr rumliegen. Oder laufen. Oh, Strahlung. Jo, das sieht gut aus. Was nun noch? Oh, ich hatte ein Gefühl, dass du ein Gewehrmacht hast. Du hast die Begriffe, richtig? Lass mich sie aus deinen Händen. Danke. Was? Oh, das sind irgendwelche Balls, die du da hast. Ich... Ich wirklich brauche dich, um sie zu holen. Ich gebe sie gleich zurück zu Olga, promise. Oder du erzählst mir, was das alles geht, oder ich werde dir nicht schief. Nee. Okay, okay. Schau, ich habe versucht, diese Leute zu helfen, vor Jahren zu zeigen, ihnen zu zeigen, wie sie zu fahren, zu organisieren, sich selbst und so weiter. Geh, weiter. But for some reason, they don't trust me They only listen to Olga and that old coot, Matve Don't get me wrong, I love Olga, I love all of them They're my family, and I live to protect them Even when it's against their wishes Maybe they don't trust you because you're a lying sack of shit What do you want with the supplies? Matve needs to learn his place He's reckless, makes decisions that could get us all killed His reign of terror has to be stopped I'm going to spike his food, just give him a little something To make him a bit more, um, docile Then I can make some changes around here And Olga will finally see reason She's under Matve's influence, it has to stop Well, that's... Well, I don't know what to say So this is all about your personal vendetta I'm a doctor, as you know, I'll be very careful with the dosage It won't do any real harm, trust me This will benefit everyone If you help me with this, you'll always find support here Whatever you need Okay 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 Wir helfen ihm, weil wir Verbündete brauchen Ich hasse, er ist in krumme Sachen verwickelt zu werden, aber ich brauche Gefallen Gefallen und Verbündete, ja Gut Dann gehen wir jetzt zu Olga Hello Hello I retrieved your supplies That's fantastic What about the thieves? No idea I sneaked past them and stole back the food I didn't know, whacking them was part of the mission It wasn't, but it would have been one less thing to worry about Never mind, we'll get them eventually You came through, Igor You're a man of your word Ja Thank you for saving, Kostya It could be difficult But he's family Gut Sie ist einfallsreich und draufgängerisch Ich brauche Teamgefährten wie sie Bitte sie sich dir anzuschließen Cool Quest abgeschlossen Die Stimme im Wald Das ist ein bisschen entschuldig, aber ich vertraue dir Hopp auf und enjoy die Reise Ich will dich auf der Basse Zack Nice Königin des Waldes Trophy Perfekt So und jetzt ist Olga weg und ich knall euch jetzt alle ab Hahaha Nein, natürlich nicht War nur Spaß So Wir gehen auch Achso, ich kann ja gut Machen wir es halt so Auch okay Zack Ab nach Hause Da haben wir unsere erste Verbündete Das freut mich sehr Können wir dann zu dritt losziehen Das ist doch schon mal was So, haben wir einiges geschafft heute Wir haben sehr viele Vorräte oder Materialien gefunden Das ist toll Ähm Wir haben die Mission abgeschlossen Wir haben Jemanden gerettet Ich freue mich, dass du mein kleine Team zusammengehst Ich freue mich, dass du mit meinem Team zusammengehst Wenn das die Sicherheit meiner Menschen einschränkt, dann ist das die richtige Sache, zu tun Okay Äh Wir sind fertig für heute Gut Mission erfolgreich Die Stimme im Wald Was hat Olivier gemacht? Oh, der ist angeschlagen Gesundheit Äh, okay Schutzraum Alles klar Essensverteilung Ich nehme eine halbe Normal Ah, okay, komm Wir nehmen alle Normal Annehmen Zack Sehr gut Sehr gut Sehr gut Meine lieben Freunde Mit dieser erfolgreichen Äh Quest Mit dieser erfolgreichen Folge Werden wir jetzt erstmal Äh Schluss machen Die haben sich Unsere Gefährten haben sich eine Pause verdient Wir machen dann bald wieder weiter Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen Und wünsche euch noch einen Wunderschönen Tag Bleibt gesund Und bis zum nächsten Mal Tschö Mit Ö Ich bin froh Ich bin froh